Und jetzt Wirtschaftsleben in der Metropolregion Rhein-Neckar. Online-Druck beflügelt Offset-Druck. Online-Printers in Neustadt an der Aisch war eine der ersten Online-Druckereien in Europa. Mit einem Kundenanteil von über 90% B2B-Kunden versteht man sich als starker Partner für konventionelle Druckereien. Technologie und Service für dieses Geschäftsmodell liefert Heidelberg. Nach Unternehmensangaben werden jährlich 2 Milliarden Drucksachen ausgeliefert. Online-Druckerei, ein etwas anderes Geschäftsmodell. Eine Online-Druckerei sammelt Aufträge im Internet ein. Also unsere Kunden bestellen europaweit im Internet in unseren Webshops, die wir in 14 Ländern in sieben Sprachen bereithalten, ihre Aufträge, laden Druckdaten direkt ins Internet hoch. Und danach kommen sehr stark automatisierte Prozesse, um aus den einzelnen Aufträgen ganze Druckformen zu bauen, die dann zu drucken und in sehr stark standardisierten Prozessen weiter zu verarbeiten. Und dann am Ende entstehen fertige Aufträge, die in Paketen dann wiederum europaweit an die Endkunden verschickt werden. Rund 100 Druckwerke, hauptsächlich Heidelberg Speedmaster XL 105, 106, 8 Farbenmaschinen, sorgen für entsprechende Druckkapazitäten. Etwa 3000 bis 4000 Aufträge vom Flyer über Briefpapier, Broschüren und viele andere Produkte wollen pro Tag verarbeitet sein. Entsprechend sind die Anforderungen an den Maschinenpark der Online-Drucker. Die Hauptanforderungen sind hohe Druckqualität, hohe Produktivität des Systems und eine maximale Verfügbarkeit. Diese Betriebe arbeiten 365 Tage, 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Und das müssen sie mit dem Equipment, mit dem Service und mit all dem, was sie den Kunden anbieten, garantieren und zur Verfügung stellen. Ansonsten hakt das Geschäftsmodell und der Kunde ist nicht unbedingt froh, wenn es nicht so funktioniert. Auch in der Weiterverarbeitung setzt man auf Heidelberg. 550 Beschäftigte in Produktion und Vertrieb sorgen für einen konstanten Durchsatz. Die Geschichte der Online-Printers begann 1984 mit der Gründung der Druckerei E. Meier, ein klassischer Akzidenzbetrieb. Der Einstieg ins Online-Geschäft erfolgte dann im Jahr 2004. Inzwischen zählt das Unternehmen zu den führenden Online-Druckereien in Europa. 14 Webshops mit Lieferungen in 30 Länder, ein Geschäftsmodell, das auch für die Fachpresse keine alltägliche Geschichte ist. Wir sehen, dass die Standardisierung zunimmt, dass damit die Industrialisierung, so wie wir sie betreiben, einfach immer weiter fortschreitet und immer mehr Produkte in diesen Standard-Abwicklungsprozess Online-Druck hineingeraten und möglich werden. Die Auflagen werden kleiner, was uns auch in die Hände spielt, weil kleinere Auflagen ist etwas, was wir gerade besonders effizient können. Die Durchlaufzeiten müssen immer kürzer werden, die Kunden wollen immer schneller bedient werden. Auch das ist ein Punkt, wo wir mit sehr effizienten Prozessen gut punkten können. Web2Print ist im Grunde genommen eine Druckerei, die industrialisiert druckt. Das heißt, das, was wir vor 20 Jahren als nicht für möglich gehalten haben, alle Auflagengrößen in einem industriellen Umfeld zu drucken, machen Online-Druckereien. Den Online-Printers Kunden stehen auch Optionen wie Blitzdruck und Expressversand zur Verfügung. Eine Umgebung, in der nicht nur Autoplader und Prinect-In-Press-Control zählen, sondern auch ein Serviceangebot, das diese industrielle Produktion in Dreischichtbetrieb möglich macht. Die Online-Printers in Neustadt und der Aisch verfolgen das Ziel von 20 Prozent Wachstum pro Jahr. Heidelberg hat sowohl Technologie als auch Service für dieses Geschäftsmodell verfügbar, damit der Online-Druck auch weiterhin den Offset-Druck beflügeln kann. Das war Wirtschaftsleben in der Metropolregion Rhein-Neckar.